Hey Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge von Argo. Wir joinen auf den Server. Also... Leute, es ist kurz vor dem Finale und ich habe ein neues... weggebrannt. Loll, 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 loll. Ich muss doch kurz aus dem Game-Boot gehen. Dann würde ich sagen... Ein Erfolg und dann ist das Finale. Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Argo. Wir joinen drauf. Jupp, genau. Ich poste... Es ist wieder Tag, loll. Loll, egal. Wir brauchen die Nacht nicht mehr. Also ich habe mein ganzes Inventar voller Tränke, gell? Okay, ich kann schon mal fragen. Also ich habe 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 18, 20 Tränke. Was solltest du machen? Ich habe 20 Tränke und du? Äh, was? Ich habe nur 6. Ne, ich habe... Ich habe 9. Aber ich habe jeder kurz gleich in die Kiste gelegt, weil... Ich muss kurz meine Schienen craften. Also gib mir jetzt... Nimm du die Tränke einfach bis ich fertig bin mit meiner Falle. Jo. Weil die stören mich halt gerade nur, weißt du. Ich lege hier noch eine. Ich lege hier zwei Wassereimer an und sonst nix. Ja. Okay. Äh, wo ist unsere Falle? Wo soll die hin nochmal? Ich vergesse... Ach hier. Keine Ahnung. Ja doch. Hä? Ich habe den Ort der Falle vergessen. Auch Beste. Nein. Die Sachen sind despawned, glaube ich. Jetzt. Ich glaube, wenn ein Apfel getroffen... Was mache ich denn hier? Ich wollte die eigentlich eins größer bauen, die Falle, glaube ich. Soweit ich weiß. Ja. Ich wollte diesmal nicht so eine kleine Falle bauen. Du hast gesagt, die Falle dauert... Er geht einfach. Dann mach das. Ja, die Falle ist einfach. Die ist ganz... Ich bin gerade echt zu unfähig, um Äpfel zu farmen, weil ich keinen einzigen habe. Tut mir leid. Ja, du bist unfähig. Wir wissen es, sind wir. Maut. Ähm... Ja, genau. Na ja, genau. Ja, genau. Der ist mein ganzes Metall ist zugeschissen. Ich bin ein bisschen auf... ...zugeschissen wie deine Wohnung. Aha! Ich glaube, das piep' ich jetzt einfach mal raus. Der ist richtig stark, Mann. Ok, so... Ähm... Das macht mir Spaß zu stehen. Ich weiß nicht, das ist noch mein Hobby. Ah ne gut, alles easy. Ich hab ein bisschen Schiss im Finale, weil wir haben auch so getaktet, dass wir ein bisschen weiter abseits sind. Ich hab grad Schiss hier. Warte, ich baue mich wieder eins zurück, das ist safer. Wir werden eher weiter abseits spielen, das kann man schon mal sagen. Echt, werden wir? Ja, werden wir eventuell. So, ich baue grad... Weil es ist ein 2v2v2, also es ist ein 2v2v2. Falls ich jetzt wundert, wo kommt das eine Team noch her, die alle fragen uns auch. Ja, das fragen wir uns auch. Ne, das ist jetzt eben noch so spontan dazugekommen. Ne, also der war eigentlich gebannt, aber da der von so einem angeblichen Hacker gekillt wurde, ja... Ne, war's wirklich so, war wirklich so. Ja, wurde er eben wieder entbannt. Aber ist er uns auch egal. Und der eine von den beiden kickt in den Mittag hier. Ja, also hier sind einfach schon so viele Pieperlöcher, dass ich gar nicht mehr kicke, weil er nicht mehr die Falle war. Aber ich muss kurz ein bisschen Erde fahren, weil ich das zubauen muss oben. Scheiße, mir fällt grad auf, die Falle kann gar nicht mehr zuwachsen. Oh, fuck. Egal, machen wir's trotzdem. Egal, ich bin schon gleich fertig. Also ich baue's gar schon zu. So, und rate mal, wie viele Äpfel gedroppt sind bis jetzt. Einer. Null. Alter, ich glaub, du kannst es nicht. Eichen, oder? Eichen. Eichen, oder Eichen? So, ich hab im Falle gesetzt. So, jetzt baue ich bitte mal ein Flint, Alter. Ich hab irgendwie nen Apfel, aber ich seh ihn einfach nicht. Kann sein. So, jetzt muss ich mal kurz das ganze Redstone holen. Sollten der... Am Anfang... In der ersten Folge hatte ich so übelstes Glück mit den Äpfeln. Habe einfach ein Blatt abgebaut, sofort ein Apfel. Ja gell, das ist echt unwahrscheinlich. Und jetzt so ne Scheiße. Warte mal, ich brauch mehr Holz. So. Also wollen wir keine Stränke mehr machen? Ne, ne. Aber wir müssen zum Ende der Folge, also so bei, wenn ich bei meiner Aufnahme bis zu 30 Minuten bin, auch unser Invertag komplett sortieren. Ich hab keinen Lava-Eimer, gell? So, man schimpft. Repeater einfach mal. Hallo. Ja, dann hol dir welche bitte jetzt. Du hast jetzt eh nichts zu tun. Ja, ich weiß, du hast angst, du skrippierst, aber mach's bitte einfach, okay? Ne, ich will gar nicht mit Lava-Eimer kämpfen. Nicht? Ne, ich will mit Feuerzeug spammen. Ja, ich mach beides. Hab einen Apfel. Ah, sehr gut. Also, ja wie gesagt, unser Kampfstil ist eben verschieden. Das haben wir bis jetzt nicht so oft gesehen. Ja, egal. Eigentlich, wir hätten niemals auch, dass wir irgendwie irgendwas reißen können, weil unsere Kampfstile so verschieden sind. Also, ich hab schon erwartet, dass wir gewinnen. Ja, gut. Richtig dreist. Egal. Ähm. Alter, ich muss irgendwas mal hier jetzt besser sortieren, weil... Wie viele Apfel brauch ich? Sogar nicht, klar. Oh, fuck. Ich brauch hier direkt den Minecraft lang. Ich will da jetzt am besten nicht hingehen. Wow, du bist echt sowas von genial, Alter. Stell dir einfach vor, du schläfst in deinem Fall. Das ist schon einem passiert. Richtig, okay. Oh, stimmt. Kannst du auch mal eigentlich einen 2.0-Hit beschreiben? Wow, das bringt nicht so viele Klicks. Okay. Ähm. So, warte mal. Hier, das ist schon mal falsch. Hier muss nämlich eigentlich Cobblestone hin, wenn man es ganz genau nimmt, ja? Oh, mein Gott. Ehrlich, ich hab keinen Cobblestone mehr. Du musst dann gleich mit hier Cobblestone sitzen. Jo, Alter, ob ich welches hab? Dann farm welche. Du hast eh nichts zu tun. Hä? Ich muss auf Bäume warten. Scheiße, das muss alles noch zuwachsen. Das wird richtig knapp. Ich sehe eine Farm. Ich sehe hier eine Zuckerer-Farm. Ja, das ist wahrscheinlich eh eine Falle. Ich lass Wasser laufen. So, okay. Nö, das ist so eine Mini-Höhle, glaube ich, von MC selber. Warte, ich will lieber jetzt mal hier auf safe gehen. Oh nein, das wird wieder durch. Oh, du musst aufpassen, gell, dass du die Falle am Tag brauchst. Ja, ich bin ja gleich fertig. Alter, wir haben einfach nirgends Apple-Troppen. Meine Schaufel ist kaputt, ist auch gut. Ich hab eine Apfel bis jetzt. Ja, da kannst du bitte mal, ähm, noch... Ich kann nicht alles auf einmal machen, bitte. Ich weiß, aber ich hab mit meiner Falle auch viel zu tun. Warte mal, hier ist das letzte Wett von dem genau. So. Dann farm ich jetzt mal kurz, ähm, die, ähm, die, ähm, die gelben Blumen. Damit ich markieren kann, wo man auslösen kann, weißt du? Ja, ich muss dann aber sagen, weil ich, ich hab keinen Plan, wie die Falle funktioniert. Ich weiß, ich sag's dir dann alles noch. Ich hoffe erstmal, dass wir das jetzt überhaupt noch fertig kriegen, denn das wär echt fatal, wenn das jetzt so offen stehen bleibt. Wir müssen mit der Odiri schnell klatschen im Finale und dann durchschnittlich fertig bauen. Genau. Okay, so weit sollte das schon mal alles funktionieren jetzt. Ich hab kein Essen mehr, gell? Ganz heftig. Ich hab noch ein Stück. Ich brauch doch, ich hab noch mehr als genug. Wirklich? Okay, Alter, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Ich hab immer auch nur einen Apfel. Ich muss mein Inventar dann noch richtig sortieren. Ja, ich auch. Ich glaub, wir müssen die ganzen Blumen hier wegmachen. Ich krieg keine Äpfel mehr, das ist so lächerlich. Ja, du musst halt einfach dann auch schön zu den alten Bäumen wieder hingehen. Ich hab... Nee, echt, weißt du? Ja, ja, ich würd's nur mal sagen. Bei dir war's mein Nie, weißt du. Jawohl. Und... Ähm, okay. Oh, da hat jemand einen schönen Penis gebaut. Ja, du wahrscheinlich. Oh, man. Alter. Ich titel grad gar nicht, du. Ne. Aber es ist ja auch keiner auf dem Server. Gut. Es gibt was anderes. Äh, wie viel Flint haben wir noch? Ich brauch das nämlich jetzt. Ich brauch aber auch... Ich brauch aber noch einen... Noch ein Feuerzeug dann, ne? Ja, weil ich will mir ja richtig... Ich... Scheiße, ich kann mir auch zwei Feuerzeuge machen. So, der andere Auslöser ist hier hinten, so. Also, du brauchst noch ein Feuerzeug. Hallo? Ähm, ja. Okay, dann hab ich mir jetzt zwei Feuerzeuge gemacht. So. So, das sollte schon mal reichen und dann geht's hier weiter. Ich geh's nochmal zurück. Aber... Dann brauchen wir keine Äpfel mehr. Also, keine Ahnung, wie viele Äpfel hast du eine? Goldäpfel hab ich fünf. Das sind Dolpen für jeden vier sein. Wir brauchen halt drei Goldäpfel. Also, drei Äpfel bin ich. Und dann hätten wir noch mehr Äpfel. Wenn wir... Wenn du jetzt drei Äpfel finden würdest, dann hätten wir... Also, einen hab ich schon gefunden. Ja, wenn du jetzt noch zwei findest, dann hätte jeder von uns zwei Goldäpfel. Das wär übel nice. Ein Apfel, 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 Apfel. Oh, nice. Jetzt haben wir zwei. Das ist nice. Das ist ja schon mal fail. Das ist sehr nice. Das ist schon mal einer mehr. Wir sind ja gleich fertig. Alter, diese Hintergrundgeräusche. Diese Hintergrundgeräusche. Ich würd's dir gerne noch kurz erklären. Okay. Wenn du fertig bist, das geht genau auf. Ja, ich bin fertig mit der Falle. Perfekt. Aber jetzt würd ich hier gerne noch kurz den Cobblestone reinsetzen, damit das nicht so auffällig ist. Also, dass halt der Spawn so normal so stehen bleibt. Ahja. Wir müssen echt aufpassen, dass es nicht gegenseitig in die Luft springt. Ja, eben. Davon hab ich eben auch... So, aber das wird jetzt auch alles grad schon wieder schön verwachsen. Ähm, haben wir Knochen. Dann würd ich nämlich gerne bisschen Gras, obwohl hier Spawn ist eh kein Gras. In der innersten Ebene. Passt dann schon. Also, es ist vielleicht auffällig, dass da Blumen steht, aber los passt schon. Ja, kommst du jetzt, wenn sie das checken. Ja, ist doch egal. Ähm, okay. So. Ich finde den dritten Affel nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Ja. Fangen wir jetzt erstmal zu dir und dann rüsten wir uns für morgen auf. Äh, für. Morgen für euch. Gleich für uns. Weil wir nehmen jetzt drei Folgen Pass im Stück auf. Also, die hier. Die vor. Noch einer. Die ganze Zeit sind in Tars voll, ey. Warte, wir sind noch Tränke drin. Ach nee, ich brauchte nur noch Tränke. Von dir hast du eigentlich den einen Tränk, den ich da am Boden geworfen hatte, vorhin aufgenommen. Na, noch. Okay, das ist ja diesmal besser. Ja, das ist ja egal. Schau, hier sind ein paar Tränke. Ja, danke. Denk ich reicht nicht, aber. Hier sind auch die beiden Äpfel. Pass, okay. Ähm, das Gold einmal. Können wir eigentlich noch mehr Tränke machen, oder reicht das? Oder? Ich glaub, es reicht. Wie viele Tränke hast du denn? Okay, warte, ich geb dir schon mal vier Goldäpfel. Nice. Ähm, okay. Dann, hab auf jeden Fall auch eine Spitzacke. Äh, warum kann ich die Goldäpfel? Äh, doch. Hast du schon eine Ender Pearl? Ne, äh, eine, ja. Äh, willst du die zweite? Mir ist der scheißige Wacken. Ich nehm du's nicht. Scheiße, die ist bei uns im Müll. Ha, so da. Okay, ich hab ein Stack Holz genommen im Inventar. Ich will aber nicht in die Nacht kämpfen, im ganzen Ernst. Können wir's nicht aussuchen. Aber egal, das werden wir schon. So, das, ähm, ich hab jetzt einfach mal keinen Lava einmal. Ich denke, das geht klar, oder? Ja, ja, ich hab zwei aber. Aber du kämpfst ja eh nicht an mir, hast du gesagt. Ne, ich hab nicht so krass Lust darauf. Ähm, so, wie wollte ich das denn anordnen hier? Warte, ich wollte das so... Hier, Feuerzeug. Ein Feuerzeug, ich brauch einen Flint, danke. Okay, ich bin ready for fight. Ich noch nicht ganz, weil ich hab noch nicht alles sortiert. Also, fast fertig. Ähm, so. Also, eigentlich... Achso, warte, ich sollte vielleicht mit Schräg noch ausrüsten. Ähm, pro Prinzip wär's... Ah, da ist er ja noch. Ich nehm die mal nochmal. Wie viele Heepausches hast du jetzt? Ähm, ich sortier's hier gerade. Ich hab, ähm, 14. Wird auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich hab... 10, 11, 12, 13, 14. Die hier ist noch für dich. Hallo? Ähm, ja, ja. Da... Ne, da ist sogar noch eine drin. Im Dings. Und ich mach noch 3. Du machst jetzt noch 3. Okay. Ja, kannst du mal den... Den Baustritt aufstellen. Der ist hier drin. Äh... Ne, den hab ich gar nicht. Äh, ich geh nochmal ganz... Ja, ich mach schon, ich mach schon. Ich geh nochmal ganz schnell, ähm... Warum brennt das fucking Schwein? Keine Ahnung. So. Vielleicht Äpfel, Feuerzeug. Zu dem Wald schauen, wo ich gefarmt hab. Vielleicht ist ja... Oh, oh, da sind Creeper. Okay, aber wenn wir... Wenn wir ausgelockt werden, dann müssen wir schön zusammen. Ah, ja klar. Es wär gut, wenn du noch einen Goldapfel finden würdest. Also einen Apfel meinst du? Einen Apfel ja natürlich. Goldapfel sind schwer zu finden. Hehe. Ja, ich hätte irgendwie gerne noch Cobblestone. So. Apfel, Apfel, Apfel. Ah, perfekt. Perfekt. Habe ich doch doch mal meinen Top gemacht. Ich hab gar keine... Doch, ich hab Holz in meinem Moment, das geht eigentlich auch, oder? Ne, aber ich würde es halt gerne mit Spitzacken abbauen können. Oh fuck. Holy shit. Ich glaub ich mach mit... Ich kämpfe mit Eisen... Mit Iron Ore. Wie? Ich benutze das zum Bauen. Anstatt Cobblestone nehme ich Eisen Ore. Hehehe. Doch, OP. Okay. Mach doch Eisenblöcke. Ich hab zwei. Wahrscheinlich. Werden wir eh nicht benutzen, aber okay. Aber wir müssen noch bisschen weiter weg vom Spawn. Also nehmen wir jetzt alles raus, was wir brauchen. Du musst die Trommel bauen. Stimmt. Hast du Redstone? Ja. So, jetzt bauen wir... Lass für uns beide eine Trommel bauen. Ja, ich baue einfach direkt welche. Ich baue jetzt eine. So. Notenblock. Das ist eine Trommel. Ja. Soweit ich weiß schon. Trommel! Das kommt drauf an, wo du sie draufstellst. Je nachdem wie viel. Ich hab sechs Trommeln. Okay. Ich gönn mir auch noch mal ein paar. Das brauchen wir nicht. Okay. Gönn dir die Pfeile bitte. Wie viele Pfeile hast du? Null. Ja, das ist natürlich gut, ne? Lass mal Booster mit null Pfeilen, okay? Hehehe. Juck. Ey, der Apfel noch für dich. Ach, danke. Warte mal, ich hab jetzt 16... 16 Eisenblöcke. Richtig. Warte, ich baue jetzt hier was. Irgendwas. Übersteb erstmal du. Was soll ich bauen? Wir könnten ein Hashtag Maul bauen. Aber dafür reichen die Blöcke nicht. Ne, wir müssen eh weiter weg. Geh nicht zum Spawn, geh nicht zum Spawn bitte. Ich baue aber ein Hashtag. Der ist falsch, warte. Ah, ich baue Spitzhacken. Wunderschönes Hashtag. Leute, das da ist ein Hashtag. Jaja, chill chill, es ist noch nicht fertig. Weil kannst du mal die Tränke noch rausnehmen aus dem Baustand? Ja. Äh, gönn du dir die noch, okay? Alter, da oben sind noch zwei Blöcke. Dann wär's ein Hashtag. Aber ich hab mein ganzes Inventar voll mit Tränken, Junge. Aber mir eigentlich auch. Also nicht ganz, aber relativ. Wo sind sie hier? Hey, wo hast du sie hingetan? Hier. In mein Inventar. Oh Gott. Gib sie halt her, Mann. Zack und Zack. Brauchen wir jetzt noch irgendwas aus dieser Kiste? Hast du genügend Essen? Ey, ja, ja. Essen hab ich nicht. Ich nehm einfach noch mal Essen mit. Man weiß es nicht. Wir brauchen eigentlich nichts. Wir haben 60 Sekunden gekickt. Ich nehm mir noch ein zweites Schärfeschwert, falls mein's kaputt geht. Warte, Zack. Wir brauchen einen Schalter. Stimmt, den musst du jetzt craften. Aber lass bitte ein bisschen weg. Oh scheiße, ich hab eine Heilungsforschung getoppt. Bitte ein bisschen weg vom Spawn. Ja, wir brauchen jetzt die scheiß Schalter. Sorry. Und dann gehen wir ein bisschen weiter weg. Ich mach erstmal das Feuerzeug nach Hause. Okay, bam. Brauchen wir nicht. Lass da hin. Die ganzen Healpots hier hin. Und diese Healpots. Und diese Healpots. Okay, lass weg. Warte, schau mal. Lass die Richtung, bitte. Warte, ich muss schauen, wo die Falle ist in die Richtung. Schau, siehst du, wo die rote Blume ist? Ja. Da wird ausgelöst. Und siehst, zwischen den gelben Blumen im Rall sind die Auslöser. Also da, wo uns auslösen kann. Okay. Jetzt lass einfach in die Richtung wegrennen. Wollen wir uns eingraben? Ähm, nein. Wir stellen uns hier unten hin, okay? Ja. Kommst du zu mir? Okay. Einfach hier kämen. Hast du noch einen Apfel gemacht? Ja, ich hab vier Goldäpfel. Und du auch, denke ich. Perfekt. Perfekt. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Finale wieder. Oh mein Gott. Morgen. Oh Mann. Hashtag Maul wird siegen. Ich hoffe es mal. Aber jetzt sag erstmal nicht zu viel. Wir wissen es nicht. Es sind natürlich zwei starke Teams auch. Also vom Equip her nicht so gut. Aber abstauben und so in der Leute. Also es wird spannend auf jeden Fall. Du was ist es du wäre nicht so spannend gewesen. Da hätten wir wahrscheinlich gewonnen wegen Gear. Aber du was ist es du was ist es du ist schon was anderes. Das wird spannend. Morgen. Morgen. Bei euch. Heute bei uns. Also eigentlich geht das Finale jetzt los. Also lass die Aufnahme beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jo. Zum Ende muss ich noch was sagen. Was? Maul.